John Grisham, Bestsellerautor von Die Firma und The Client Alan J. Pakula, Regisseur von Die Unbestechlichen und aus Mangel an Beweisen Das oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten ist das höchste Symbol für Gesetz und Ordnung. Doch in einer Nacht werden zwei seiner Bundesrichter brutal ermordet. Jeder hat hier die Vermutung, dass das Motiv entweder Hass oder Rache ist. Was ist, wenn es sich um ganz gewöhnliche Huggier handelt? Tausend Meilen entfernt in New Orleans hat eine Jurastudentin herausgefunden, wer die Morde begangen hat und warum. Ihre Freundin hat eine Theorie? Sie ist eine hochbegabte Studentin mit einer besonderen Vorliebe für Verfassungsrecht. Sie hat Beweise zusammengestellt, die in den Korridoren der Macht bekannt wurden als die Akte. Miss Shaw, Sie rauben mir den Atem. Jetzt ist ihr Leben in Gefahr. Und der einzige Mensch, dem sie vertrauen kann, ist ein Enthüllungsjournalist. Alle, die ich von der Akte erzählt habe, sind tot. Ich werde aufpassen. Julia Roberts. Denzel Washington. Wenn unsere Annahme richtig ist, dass diese Sache so tiefgehend ist und so weit nach oben reicht, dann tun diese Männer alles, damit sie nicht entlangfragen. Die Akte.